hallo und herzlich willkommen zurück hier auf meinen kanal danke dass du daraus wieder eingeschaltet hast heute mal wieder ein neues addon fahrzeug und zwar für das ls custom wir hier sehen ist das ganze auch schon auf deutsch ja und hier ist die eigenschaft wir können einmal natürlich auf h die lichter ändern dann haben wir auf jeden fall noch die möglichkeit wenn wir drücken eine komplett beleuchtung zu machen das halt gut in der nacht ja wie wir sehen ok dann würde ich sagen können wir auch zu installationen link wie immer unten in der video beschreibung einfach herunterladen einmal auspacken hier den ordnernamen kopieren und wir gehen in den resource ordner und ziehen einfach diesen ordner in den resource ordner anschließend gehen wir zurück und gehen in die server cfg und müssen das ganze dann einfach noch starten einfach mit and search leerzeichen und dann den kopierten ordner namen dort eintragen wenn wir es gemacht haben müssen wir das ganze jetzt noch speichern und übernehmen jetzt müssen wir nur noch den server neu starten und wir können das fahrzeug auch spawnen wie wir das fahrzeug jetzt spawnen ist eigentlich ziemlich simpel wir gehen in den ordner rein gehen wir kurz zurück so gehen in data ordner und hier öffnen wir das ganze einmal und kopieren uns hier den namen einfach aus und können das ganze dann einfach mit slash k und dann den kopierten ordner namen mit leerzeichen einfügen und einfach enter drücken gut das soll es auch schon wieder gewesen sein falls euch das video so wird gefallen haben sollt ihr dann lasst doch wie meinen daumen nach oben da kommentieren abonniere nicht vergessen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder tschau tschau